Ein Smiley aus der Volkswagenstadt für dich. Gegen die Widrigkeiten im Leben hat der liebe Gott uns drei Dinge mitgegeben. Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Ich wünsche mir für dich, dass du die Hoffnung nie verlierst, dass du dir so viel Schlaf nimmst, wie du brauchst, um gesund zu werden und dass du wohl lachst so viel du kannst. Du weißt ja, Lachen ist die beste Medizin. Es gibt so viele Menschen, die an dich denken. Ich fühle dich ganz, ganz, ganz doll gedrückt und Kopf hoch zu sehen. Das sind der Madli und ich. Madli heißt auf Ungarisch Glück und das wünschen wir dir. Die anderen kennst du ja schon. Der Madli kann ganz tolle Geräusche von sich geben. Mach mal. Lauter. Sonst kann ich das hören. So. Mir wohl. Alles Liebe. Tschüss. Hallo liebe Katrin. Ganz, ganz liebe Urlaubsgrüße. Aus Italien sind wir der Andri, die Brit und unsere Paluf. Wir wünschen dir für alles, was auf dich zukommt, ganz, ganz viel Kraft, viel Sonnenschein, viel Energie. Und wir haben nicht nur ein Lächeln für dich, sondern wir haben sogar noch ein zweites Lachen. Alles, alles Gute und liebe Grüße. Tschüss. Süßer, wir drücken die ganz feste Daumen und trinken noch keine Jesu. Prost. 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 Komm her. Ja. Alles. Katrin. Wooo. Yeah. Nach Regen kommt Sonnenschein. Du wachst das Baby. Bring me down. Can't run. Bring me down. Your love is too high. Katrin, wir auch aus Singapur. Wir wünschen dir alles, alles Gute und dass du die Zeit sehr gut überstehst. Wir denken ganz doll an dich und drücken dir die Daumen. und wieder drück dir alle Pfoten. Mach's gut. Ciao. Zuerst mal Terminator ist geil. Cooler Film. Dementsprechend wirst du auch als Terminator, Katrin, sehr geil aussehen. Zweitens, ich wünsche dir die beste Gesundheit, lustige Zimmergenossin und dass du einfach du selber bleiben kannst und niemandem irgendwie irgendetwas besonders schön machen wirst. Und drittens, immer lächeln. Ich drück dich ganz feste und pass gut auf dich auf. Und ich weiß, dass es dir momentan nicht gut geht und deshalb wünsche ich dir von ganzem Herzen für deine Körpergesundheit, für dein Herz Zuversicht und für deine Seele Entschlossenheit. Und wenn es dir gerade mal wieder so geht, dann guck dir doch den Film an, damit daraus ganz schnell das hier wird. Alles Liebe, deine Anke. Ich bin eigentlich nicht so der Mensch mit großen Worten, aber ich drück dich ganz arg und ich hoffe, dass alles, alles gut wird, dass du diesen Scheißkrebs besiegen wirst, dass wirklich alles gut wird, du wieder gesund bist und wir uns dann endlich mal treffen können und die Sau rauslassen können. Ich bin eigentlich nicht so der Mensch. Hallo liebe Katrin, wir wollen dir hier mal sagen, fuck Hänse. Katrin, wir schicken dir ganz viel Kraft, ich weiß, du schaffst das. Alles Gute für dich Katrin. Liebe Katrin, Daumen hoch, du schaffst das. Du schaffst das. Daumen sind gedrückt. Daumen sind gedrückt. Daumen drücken. Daumen drücken. Liebe Katrin, wir schicken dir auf diesem Wege, der Henry und ich, einen dicken fetten Smiley und wir wünschen dir Kraft und Stärke für deine weitere Zukunft. Wir denken ganz fest an dich und bleiben der Henry. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.